Frühstücken und Socken. Wir warten jetzt doch gerade auf den Delta. So, ich wollte gerade sagen, du siehst doch mal zu da jetzt. Was hast du denn da gemacht, Mensch? Oh mein Gott! Ich habe heute Vormittag drei Missionen gehabt, dann nicht immer davor, spiele ich jetzt noch keine Runde. Ja natürlich, selbstverständlich. Ich habe als mit Schrotkwinde spielen. Wo war denn die Mission? Die sind 100 Pro schon weg. Das war vor, ähm, mein Hase, das war um 5 Uhr in der Früh. Ja und? Achso, die gelten ja nur fünf Stunden oder so, ne? Ja, vier. Ja, doch. Okay, ich gucke jetzt mal durch hier. Ich muss ja jetzt meine Vibugs wieder reinholen, ne? Und Vibugs? Ah, ist rein. Das können wir gleich spielen. Dark Perle, willst du nicht mit reinkommen oder so? Dark Perle ist gar nicht online. Man hätte ja mal auch vorher gucken können, ne? Bin gerade beim PC, das wird dauern. Machst du ruhig ohne mich. Okay, alles klar. Ja, ich habe mich schon gewundert, man hätte ja auch mal gucken können. Sie ist ja auch gar nicht online, ne? Normalerweise anhältst du's. Was? Und wenn dein Global noch nebenbei steht, zählt es dann mit dein Spiel. Boah. Meine Bär ist einfach zu schlecht dafür. Dann sollte man das auch noch treffen, ja. Ich muss mir gleich mal Muni, das auch noch, dann müssen wir gleich mal Muni machen. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ey, dafür spielen wir gar kein hohes Level, ne? 52? Ja. 56? Ja, aber das ist trotzdem kein hohes Level. Das ist eigentlich eher niedrig. Fick die Henne. Auf sowas sollen wir noch antworten, oder was? Kann ja nicht arrogant klingen, aber... Bescheuert, oder was? Sag mal, ich wollte mal sagen, ne? Ich hab gestern einen neuen Trend entdeckt. Und der geht definitiv in die falsche Richtung. Bist du noch da? Jaja, erzähl. Ich seh in letzter Zeit, und das sind keine Altherren, das sind junge Sputniks. Ich seh in letzter Zeit immer welche Jungs, die Shorts tragen und dazu weiße Tennissocken. Wollen Sie, das kann man sehen lassen. Ja, kann, ja, find ich, find ich gut, find ich gut. Die ist doch erst rein, die, äh, die Mission. Kriegst du Auge des Sturms, Blockbuster, Tissons, Skizzen EP. Geht auch nicht so endlos lang. Wolltest aber, was jetzt? Ja, dann können wir ja auch, äh... Jetzt hab ich gedrückt. Ich treff auch mal so gar nicht, ja? Ach, die kommen auch von oben, ja? Ah, ich bin runtergeflogen. Ah, ich bin runtergeflogen. Vor allem, du musst ja auch echt nah rangehen. Auf Entfernung kannst du mit der Tiger-Kiefer gar nichts machen. Kannst du aber auch, ähm, mit der Raumzieger nicht. Nee, nee. Das ist halt eine Schrotrinke. Ja, ja. Das ist halt auch eine kurze Distanz. Da lag ein Malachit. Hörst du was gesehen? Ja. Das muss ich dir grad mal ein bisschen wegnehmen. Ja, ich muss mir grad mal ein bisschen Luft verschaffen. Alter, wo denn? Ich muss grad sagen. Ja, okay, gut. 600 B-Bucks war, äh, das... Hab ich ausgegeben für das Pferdenkampf-Name heute morgen, weil ich auf die Raumfeger immer noch geiere, aber irgendwie ist sie mir nicht gegönnt. Ich kenn zwar genug Leute, die sie mir produzieren wollen, aber es geht ja ums Prinzip, dass ich die Skitze möchte. Lama ist geöffnet und da war, wie gesagt, nur Scheiße. Gut, ich konnte das einmal umwandeln, ich hab dann wieder nen Held bekommen, glaub ich, oder? Hab ich umgewandelt in Held? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich gemacht hab. Auf jeden Fall hat's irgendwie so gar keinen Sinn gemacht, dieses Lama. Und das find ich dann schon ein bisschen ne Frechheit. Ich hab die letzte Zeit echt viele Lamas gekauft, deswegen hab ich jetzt nur noch so wenig W-Bucks. Und es kommt einfach nichts mehr raus. Das ist schon frech, ne? Für so viel. Geld. Wenn ich jetzt überlege, ich hätte dafür noch bezahlt. Wieso? Wär's in Ordnung? Keiner ist in Ordnung. Hab zwei mystische Erfinder. Willste traden? Delta Core. Wieso Delta Core? Also können wir die jetzt spielen, oder nicht? Jaaa! Gut. Wann nochmal. Ich will nur Ja hören. Okay, dann nochmal kurz austreten. Ja. Die schaffe ich ja locker, die Mission. Oh. Hallo, es sind meine. Glaub mir doch nicht mal, du killst hier. Noch eine Datei. Wollte mich eigentlich völlig veräbbeln, ey. Hier bleibt nichts für mich übrig. Ja, ich muss auch noch 40 Höhlen mit dem Strömgewerk killen. Ich meinte auch nicht nur dich, ich meinte auch die anderen. Die Daten sehen gut aus. Nächstes Mal, wenn ich draufschiege, haben mich ein Feuer getötet. Das nervt mich ein bisschen. Treffen sollte man auch noch. Schon wieder vorbei. Ich glaube, ich hab die Mission schon wieder nicht. Hol die Munition. Die Daten sehen gut aus. Nein! Noch 34. Nee. Noch 34. Siehst du? Da war jetzt nicht so viel. Keine Zeit. Also ich schaff auch nur noch eine Mission Delta, ne? Da muss ich raus. 106er Raumfiger spielen. Aber wozu sollte ich das für so eine kacken Mission? Nein! Sieh ich gar nicht ein. Viel zu schade. Wir müssen ja auch keine kacken Mission spielen. Wir können ja auch normale Mission spielen. Was heißt hier kacken Mission? Ey, wird's denn das für beschiss jetzt? Gibt's noch nicht mal mehr Blockbuster Tickets oder was? Das ist ja beschiss, echt. Ja dann würde ich sagen, äh, Helden-EP brauchst du das? Oder ähm, wollen wir so eine spielen? Was passt dir am liebsten? Hier. Haben wir reiner Ringtropfen, Helden-XP und alles. Hört mich sauber. Können wir auch nicht. Kann ich meine Low-Waffen benutzen und... Hast du? Mena Laus. Ja, ne, darum geht's nicht. Plankaton 23 hat er geschrieben. Er sagt, da gibt's noch Beeworks. 25. Verpisst dich global. Ey. Kommt aus dem Süden. Hä? Ey. Slackt. Von da vorne komm. Von hier hoch. Was rennst du denn weg? Achso. Ja, du hast gesagt von hier hoch. Da hab ich gedacht von hinten. Ja. Auf hier hoch. Ich bin doch schon die ganze Zeit hier am Schießen. Du hättest einfach nur stehen bleiben müssen. Ja. 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 Seit habs noch eine Festung. Tot. Nur noch 30 Sekunden. Hast du sie jetzt? Ne, ich glaub noch nicht. Ich muss ja ja noch 29 töten. Sag mal. Warum geht ihr denn nicht dort? Zehn. Nein, mir fehlen sieben Stück. Nein, oder? Ja, wieso? Wir haben doch noch einmal. Das ist ein Lauch. Er fängt noch ganz frisch an. Nein. Vielleicht braucht er Unterstützung. Er füllt den Zweck. Du regst dich drüber auf. Nein, ich reg mich nicht drüber auf. Ich frag mich, ob... Alter, jetzt geht's aber los hier mit Rasenmäher. Nein, ich wollte euch nur mal die Unwichtigkeit bedeutend machen. Ich wollte eigentlich jemand anders hosten. Und... Seki ist ja nicht online und... Ace... Ace-Test wollte ich mal hosten. Er hat mich auf einmal so gehustet. Und... Ja, vielen Dank dafür. Das fragt mich jetzt gerade hier... Siehst du einen Grund mehr, warum ich gleich aufhören muss? Weil die scheiß Gärtner da sind. Bist du schon wieder am... am Fahren? Hä? Bist du über mir? Bist du nicht gerade... Ah, jetzt weiß ich, wo du bist aus hierhin. Ja, so viel. Dazu. Ja, und mir fehlt noch eins. Ne, ernsthaft? Nein. Weil das ist eng. Ja, vielleicht kann ich nochmal hosten bei Seki oder... bei dem anderen. Aber da müssen sie natürlich auch online sein und streamen. So. Das war ein Kack, ne? Jetzt muss ich schon wieder raus. Jetzt... Sie kriegen einen Tropfen gekriegt. Wow. Zwei Stück oder was? Ach, Leute. Ja, ich muss leider raus. Ich geb euch gesünd... Ähm... Schönen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Dass ihr da gewesen seid. Ich komm nie wieder. Ich will mich mit dem Delta gleich noch ein bisschen unterhalten. Weil, äh... Ich dann hier durch den Raum gehe und meine Wäsche aufhängen und so weiter und so fort. Interessiert niemanden, genau. Deswegen erzähl ich's auch. Also, ähm... Macht was aus eurem Tag. Macht was Schönes. Und, ja... Ciao, Leute! Yeah! I'm shining in pink heute mal, ne? Also, vergesst nicht, wie immer, ein Like, ein Kommentar, ein Abonnement da zu lassen von mir auf meinem Kanal. Bitte! Haut rein in die Tasten. Ich glaube nicht vergessen zu aktivieren. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao!